In unserem heutigen Thema dreht sich alles um Wandverbindungen und damit herzlich willkommen zu unserer Videoreihe Tipps und Tricks in Revit. Wandverbindungen, was kann damit passieren, was kann da seltsam sein und zwar wenn mehrere Wandverbindungen aufeinandertreffen, die nicht rechtwinklig zueinander sind, kann es ab und zu passieren, dass komische kleine Lücken entstehen und wie man diese Lücken beseitigt. Wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Willkommen zurück. Um euch anschaulich zu verdeutlichen, was bei den Wandverbindungen passiert, habe ich ein kleines Beispiel vorbereitet. In meinem Beispiel treffen drei Wände aufeinander. Im linken Beispiel ist es eher nicht optimal und im rechten Bild so, wie ich mir die Wandverbindung vorstelle. Beim linken Bild wurden zuerst die beiden oberen Wände, wie der Mauszeiger euch zeigt, platziert und die untere Wand wurde im Nachgang modelliert. Um das im Revit zu zeigen, öffne ich schnell die Revit-Datei. Die beiden oberen Wandverbindungen sind bereits platziert, damit es ein bisschen schneller geht. Und wir platzieren die dritte Wand über den Wandbefehl auf die Wand. Man sieht, die Wandverbindung ist nicht optimal, nicht so, wie wir uns das eigentlich vorstellen. Um diese Verbindung beeinflussen zu können, kann man mit dem Stutzen oder Dehnenbefehl für die Ecke in erster Instanz versuchen zu arbeiten. Das kann aber ab und an nicht zum Erfolg führen, wie jetzt auch in unserem Beispiel. Deswegen sollte man hier auf die Wandverbindungstools zurückgreifen. Man highlightet das Tool, platziert das Rechteck über die benötigte Verbindung und hat dann die Möglichkeit, oben in der Konfigurationszeile verschiedene Einstellungen zu treffen. Ob es ein stumpfer Schnitt ergeben soll, ob es auf Gärung sein will, ob es sich rechtwinklig schneiden soll, ob die Verbindung zugelassen wird oder nicht. Und über Weiter werden verschiedene Vorschläge dem Modellierer gemacht und man kann visuell relativ schnell und gut entscheiden, welche die optimale oder die benötigte Wandverbindung für das Projekt darstellt. Wir wählen hier unsere Wandverbindung aus, bestätigen das Ganze und können uns dann nochmal anschauen, wie das aussehen würde, wenn man die Gärung verwendet. Bei der Gärung wird die Wand schräg geschnitten. Man kann sich die Wandverbindung, wie gesagt, auch gegärt anzeigen lassen. Aber in unserem Beispiel wollen wir unsere rechteckige Verbindung und gehen den gesamten Schritt zurück und probieren nochmal aus, wie es aussehen würde, wenn wir die Verbindung nicht zulassen und sehen, dass alle Wandteile einzeln platziert dargestellt werden, was halt optisch überhaupt nicht zu gebrauchen ist und auch in der Modellierung so keine Anwendung findet. Deswegen nochmal den Step zurück, das Werkzeug auswählen und die perfekte Verbindung auswählen. Und mit diesem Tool ist deutlich zu sehen, wie man die Verbindungen einzeln variieren kann. Das war es bei unserem heutigen Video. Solltet ihr jetzt noch Fragen oder Anregungen haben zu diesem Thema, dann lasst es uns doch gerne wissen. Nutzt dafür einfach die Kommentarfunktion oder schreibt uns eine E-Mail. Alle Infos dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Bis bald! Bis bald!